Willkommen zurück zu Roblox. Heute spiele ich das alte Roblox. Also wir kommen nicht zum Roblox, sondern zum alten Roblox. Ja, ich bin gerade im Random-Spiel drin. Ich bin einfach gejoint in jedes irgendein Typ. Ich bin ein Noob, also ich meine halt ein Anfänger gerade hier in dem Spiel. Und schaut euch einfach um. Das ist ein altes Spiel und ich wollte heute einfach mal anschauen, wie das alte Roblox aussieht. Und genau, deswegen bin ich hier mal gejoint. Und ja, genau, jetzt bin ich hier. Wir werden noch andere Spiele zocken. Ich keine Ahnung, was man in dem Spiel macht. Aber man kann Leute killen auf jeden Fall. Und der macht einen Run-Hit, weil er dieses Schwert hat. Vielleicht werden wir da gleich hin teleportiert. Hier haben wir ein krasses Schwert. Oha, das sieht cool aus. Das sind halt noch alte Items alles. Und... Oha, ich kann damit fliegen, so ein bisschen. Sehr krass. Können auch die in hier killen. Wow, Leute. Cooles Schwert. Macht auch Run-Hits. Und die sind deutsche Leute. Und ich fall erstmal runter. Gut, ich muss erstmal hier reinkommen. Ich frage mich, wie macht man das hier weg, diesen Chat. Ich muss sagen, das ist ganz cool eigentlich. Was, wenn ich Vollbild mache? Keine Ahnung. Egal. Oha. Oha, Leute. Schau ganz dran. Jetzt bin ich hier oben. Ganz cool. Das ist scheinbar auch ein Typ. Okay, keine Ahnung, ob das das nicht ging. Aber egal. Wir spielen nochmal ein bisschen das Spiel weiter. Versuchen nochmal zu killen. Noch eine Person. So. Okay, was ist das? Okay, kann man unterfallen. Okay. Ich zeige euch einfach mal das Spiel, was für ein Spiel das ist. Das Spiel ist Super Nostalgique. Nostalgie-Zone. Also Super Nostalgique-Zone. Und hier sind die Spiele, die man spielen kann. Zum Beispiel Doom Spiral Ziegelflacht. Frage mich, warum. Wir spielen einfach mal Mini-Robloxia. Keine Ahnung, was das ist. Wir spielen heute ein Spiel, wie wir die noch nicht kennen. Fangen wir einfach mal an. Mal schauen, was das ist. Hier sind wir. Ich weiß nicht, was man hier in dem Spiel macht. Aber es ist ein Spiel auf jeden Fall. So. Okay. Ich finde das Spiel mega cool. Vielleicht kann man das öfter mal spielen. Wenn man mal keine Lust auf neues Roblox hat. So, das ist halt ein bisschen Roblox-Map in klein. Ah, man kann einfach Hallo. Willkommen bei mir irgendwie so Sachen schreiben. Sehr cool. Hier ist scheinbar auch niemand. Ne, ich bin alleine in dem Spiel. Und ich glaube, wenn ich mal Ausgang drücke. Ich werde zum Menü zurückgebracht, Leute. Ist ein super cooles Spiel. Mega cool gemacht. Da ist, äh, Roblox-World Hauptsitz. Äh, es gibt so viele... Oha. Das ist krass viel. Also wirklich. Ich suche ein bestimmtes Spiel. Pinball-Zauberer. Ähm, spielen wir. Warte, ich habe eben noch was gesehen. Ich hatte eben noch was gesehen. Ja, hier. Der Untergrundskrieg. Der Untergrundskrieg. Mal schauen, was das für ein Spiel ist. Ich kenne das auf jeden Fall. Okay. Okay. Hier ist die Fahne. Oh, ne, ist doch nicht das. Okay. So, auf jeden Fall. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das Spiel ging. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal gespielt, kurz. Wie klettert man? Okay, das ist ein bisschen schwer zu klettern, muss ich wirklich sagen. Trotzdem cool. Man muss klettern. Man kann Hallo schreiben. Warte mal, ne, ich schreibe mal jetzt kein Hallo. Äh, weg damit. Äh, so. Ich habe Hallo geschrieben. Wow. Okay, Leute. Man muss da ins Loch, glaube ich. Ich habe das. Warte. Ich habe hier was und das. Oha, wie cool. Ähm. Ja, man muss hier runter und dann muss man sich irgendwie weitergraben. Ja, genau. Und dann versuchen, ähm, zu den Typen zu kommen irgendwie. Okay, so soll das gehen. Hoffe ich. Ähm, genau. Ich weiß halt nicht hundertprozentig, wie das funktioniert. Ach, warte mal. Warte. Das nervt. Es geht nicht weg. Jetzt ist es so gut. Warte. So, hier ist sie jetzt immer noch gejoint. Geht aber eigentlich nicht so gut. Ich bin mir halt, ich weiß halt nicht so richtig, wie das Spiel geht. Man muss das einfach... Ach, man muss öfters, glaube ich, machen. Okay. Warte. Dann machen wir das nochmal öfter mit dem Messer hier. Schwert. Dann hat jemand Hallo geschrieben, Mr. Habos. Ich glaube, auch jemand Deutsches. Ne. Man muss sich halt hier runtergraben. Alle schreiben Hallo, sind alles Deutsche hier. Warte. Äh, was? Was, was, was? Warte mal. Der hat einen krassen Avatar. Warte, wie teuer ist das? Tausend von Robux. Ähm. Okay, der andere hat auch einen krassenen Winter. Avatar, meine ich. Ja, geht. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen noch ein Spiel. Vielleicht zwei sogar noch, wenn wir Zeit haben. Ich weiß aber noch nicht, Leute. So. Im Menü wird fertiggestellt. Wo sind da viele Spieler dann? Ja, okay. Das Spiel kennt, glaube ich, jeder Doom... Doom Spyro Siegeschlachtheim, wie das heißt. Ähm. Aber, Leute, das spielen wir erst im nächsten Part. Ich werde zwei Parts daraus machen. Wir spielen jetzt einfach das hier, weil da sind, ich glaube, fünf Leute drin gewesen. Oh mein Gott, was macht man hier? Man darf hier nicht runterfallen. Äh, okay. Das ist sehr interessant hier. Einmal Lego-Platte. Ihr habt euch einen grünen Ort geschaffen. Ich weiß es nicht. Oh nein, Leute, die ist runtergefallen. Ähm. Okay, Leute. Das Blöde ist, dass es alles Deutsch ist. Ich glaube, warum lag es früher nur Englisch? Ähm. Schauen wir jetzt mal rum. Okay. Leute. Okay, wir spielen noch ein Spiel. Wir haben gerade sechs Minuten. Okay, ein Spiel schaffen wir noch in diesem Part. Ich habe das Spiel gerade nicht so richtig verstanden. Wir spielen jetzt Halloween Schatzsuche. Das letzte Spiel für heute. Mh, da ist auch jemand drin. Okay. Ein cooles Spiel. Das ist wirklich ein cooles Spiel. Strand, du bist im Van von der Straße gegangen. Durch den Tunnel fehlt ein Preis finden. Ich glaube, da könnte man mehr Teile raus machen. Mit diesem Tunnel. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit dafür. Ich glaube, das jetzt alles zu machen. Aber ich weiß nicht, wo es hergeht. Das ist das Problem. Ähm. Was ist das? Ich glaube, hier... Doch, da kann man durch. Hier muss man ein Parcours machen. Das Ding ist, es ist schwer hier zu springen. Weil man kann nicht immer springen gefühlt. Mh. Ist aber ein cooles Spiel, finde ich stark. Ja. Ist ein cooles altes Spiel. Einfach, äh, wo man hier halt ein Hobby machen muss manchmal. Das Ding ist, es ist schwer, die Parcours zu meistern. Also, es ist wirklich schwer zu springen. Aber ich versuche das noch einmal zu machen. Okay, letzter Versuch. Und wir haben es den ersten Sprung schon mal geschafft. Das ist schon schwer, das ist schon schwer, muss ich sagen. Also, wenn ich das mal vergleiche mit den Taikums von heute, dann ist das schon ganz schön schwer. Ja. So, Leute. Hier geht's weiter. Hier sind ganz viele Bäume. Ist ein bisschen an Halloween angelegt. So. Ja, genau. Das ist ein größeres Spiel, wo man mehr machen kann, sag ich mal so. So welche Spiele sind für mich nicht cool. Man muss nicht viel, ähm, programmieren so. Einfach nur, dass man halt irgendwas finden muss. Und dann ist gut. Wo es manchmal Secrets gibt. Äh, habe ich ganz cool gemacht. Oh, ist das hier unten? Ich glaube, da kommt man nicht wieder nach oben. Egal, wir gehen wieder nach da. Okay, wir gehen jetzt in dieses Haus rein. Ähm, hm, die Tür scheint verschlossen zu sein. Leute, ich glaube, ich muss einen Schlüssel finden. Ich, doch, ich muss doch keinen Schlüssel finden, glaube ich. Ich glaube, man kommt hier irgendwie unter die Map. Sehr interessant. Ähm, ja. Ich mache ja zur Zeit Roblox-Spiel, die vergessen wurden. Und da werden diese Spiele auch bald hinzugefügt. Oh, hier ist was. Was ist das? Ach, nee, och. Ähm, was ist hier? Kann man scheinbar nicht durch. Das hätte ich auf dem Dach. Das könnte auf dem Dach sein. Das könnte wirklich auf dem Dach sein. Oh, doch nicht. Ich würde das Video aber jetzt erstmal beenden. Vielleicht probieren wir uns den nächsten Part nochmal. Aber ich habe es ein bisschen angezockt, das Spiel hier. Und ich sage, ciao. Tschüss. Tschüss. Schäuben wir uns den Chat.